ja willkommen mein name ist an die welt und ich begrüße euch zurück zu let's play star wars battlefront 2 die letzten parts waren sehr und ja weiter sagen wir mal ich habe angst dass dieser modus extrem lenken wird spielen wir weiter gefecht ich weiß es ein bisschen langweilig immer wieder gefecht aber letztendlich ist es ja leute die sich gegenseitig in die fresse schließen also jetzt jetzt gemacht wird es soll sein aber ich will wesens schon ein paar waffen motz und soweit alles freischalten die hoffentlich ein bisschen gut für galaktische angriff sind oder allgemein für die klassen also ja außerdem habe ich das gefühl bei gefecht tue ich bisschen mehr so lernen so da zwar sehr kurz wir spielen schwere truppler weil ich baue noch fünf kids mit meiner normalen waffe damit ich endlich mal eine kommunikation und reich halten kann sein vorsichtig und arbeite zusammen bitte lasst das nicht lecken wäre sehr toll ich habe mich am nachladen bin kollega ja soll ich mit jedem jeder einheit höchstens kopfgeldjäger auf 3 also das ist auch schon mal was und jetzt ich glaube besser zeichnen die ganze zeit zu sehen dann fängt man sogar nicht aufzuregen so bitte lasst mich nicht erlegen ich habe ja ich bleibe in den höhlen weil da draußen kacke ich war auf einen irgendein anderer bleibt mich von hinten ab da finde ich nicht gut bin ich überhaupt nicht weil ich möchte die ganze zeit an länge mit ja es ist ein verdammter spezialist sehr locker bekommen können das ist natürlich wieder der mit den effekt machte granate scharfen frust verzweiflung mal ein bisschen vollstrecken der leck wookie scheint eine gut kombination vergesst man ja angefangen ab aufzunehmen lehrern ist sicher und wenn ich auf den arm nehmen eigentlich das zweite mal hat er mich verprügelt weil er mir sehr kreis also ich habe nämlich verprügelt muss gibt es eine waffe wieder ich hatte ein gutes leben wäre ich falle runter wie so ein scheiß ich habe es schon abgelaufen der kommt der ist sofort auf mich zu gerannt verprügelt mich kann er nicht seine waffen benutzen der leckt so hat er kann nicht schießen ja geil da ist ja aufgetaucht schon wieder da wird die eigentlich verarschen dieser verküppte typen er haut mich die ganze kaputt wortwörtlich ja auch damit man höchst macht er mit seinen nahe kampf angefangen hat er gibt es irgendwie so fähigkeiten und die fresse wie fast auch war schon wieder der schon sagen schon wieder der gewesen ist aber schwer sich auch einer über den typ ist alter was bin ich so platziert also von uns was dann mit irgendwas noch mal konnte nicht ein bisschen schnell reingehauen wo er tut hier nur mit nacken leute töten macht in dem tempo weiter leute jetzt natürlich erst ab jetzt gewalt so besser weil er sogar jetzt bin ich zufrieden er hat sich gut angeführt ja okay nicht auf der tafel man hat sich gut angefühlt den zu töten am ende die granate gegen das gesicht zu werfen und ich habe keine dings bekommen was also sammlung nee ist schon wieder so zwei kills dann auch damit okay ich habe anscheinend keine erfahrung bekommen ganz wahr wir haben wir wirklich in einigen ländern blockiert wir verlegen ja wir können es uns nicht leisten uns zu sicher zu fühlen doch wir sind stumpf klar wir treffen immer alles dann noch nie irgendjahr verloren weil mich die box wir sind die Geeknaß Ah. Ja, der war nicht gut. Meine Nase, die man selber. Ist ja jemand, der war nicht weg. Wer ist meine Garnate? Ich weiß nicht, warum ich meine Garnate kaufe. Ich wollte eigentlich mein Schild an die GF. Aber keine Ahnung, der Reflexe kam. Das wäre natürlich wieder grottenschlecht. So, wie immer. So, wie fragt. Ah. Da sind die Knappe. Wir müssen uns anschleichen. Verdammt. Ich werde mal drehen. Mit dem Fall putzen. Ja, den hab ich noch erlebt. Ich glaube, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ach, das ist doch schon wahr. da wird erledigt die motto direkt ausrüsten das hat der rückstoß also ich nicht wie wild schießt ja geil aber den habe ich gerade ausrüsten wenn ich gerade war für uns mussten also ich mal offizier war ich noch dran genau wie damit irgendwie acht neun leute oder so töten ich war gas doch wieder meinst du mit ich verwirre den gegner in dem ich meine granate ging mein kollegen werfe so für ich meine schlachten mir tut meine nase so stark bei mir hinten jahre schon zu bergen stehen jedenfalls fühlt sich so an ich merke kennt ihr das ja weiß nicht warum ich überhaupt nahe kampf gegangen ich war der zwei beserker so sie ist ja wesentlich ist es nicht mehr mein gott also auch schon mal ich wir haben mich hier voll zur schau gestellt da kommen der weiß ich habe rebellen bei halber truppenstärke aber so leise schiffe liebes 2000 punkte aus dem fenster zu werfen ja du tötest was lustig feuer feuer er geht einfach dahin schießt der ist tot man kann bei mir nicht so sein wir werden triumphieren aber ich habe mich zugedießt und wollten einen reinhauen aber schon gab es sei was gibt es vor man war schon wieder der ehrlich und soll hat irgendwie eine ablegung gegen schutzwaffe am schutz waffen seine eltern betöne war okay natürlich gesagt ziemlich plausibel aber und auch nicht selten aber trotzdem auf damit es ist nervig und das imperium oder nur ein paar kielsen mit dem meiner waffe wir schaffen hat doch auch wieso kriege ich das nicht also muss er mir irgendwer hat vor und nimmst du kriegst dann einfach nicht immer wir werden die rebellen zertreten der hat berechnet dadurch zu diesem zeitpunkt über die bock gelaufen würde gibt es doch einfach hier habe ich auch beinahe getroffen hört gesehen wenn man für ein kaliber immer noch mal da sind leute die berechnung im weg den ich zurück lege und platzieren die granate also ich bin durch die band gegangen wie können da doch unmöglich wissen also bald ich war übergekommen granate haben ja für die leuten nehme ich jetzt ja auf muss mit ein paar casual leute hier irgendwie hier kämpfen und nicht den besten spielern auf der welt jetzt spiel schon studiert haben und so da wird noch nicht mal jahren gezeigt die war für dich gerade am hochleveln bin da werden wir glaube ich diese heute nicht mehr sehen also ich wechsle noch mal zu schwere truppe da heute irgendwann also wie es aussieht wieder nichts ich weiß nicht wie lange ich gerade zum aufnehmen bin ich glaube diesen part kann man dieses match kann man aufnehmen aber immer noch anderthalb stunden bis der tag vorbei ist doppelte erfahrung und vielleicht durch ich dann auch noch ein mal gucken mal schauen der weltdeutsch versteht doch hier befehle euch ja 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 ich fand jetzt sicher die türe solange aufwacht die mich hätten töten können aber okay sagt überhaupt nicht sagen jetzt sich verdreht da musst du jetzt hochgehen das sei immer noch bei denen ja ich weiß man denn für eine strategie macht der letzten schild eigentlich geht an den nahe kommen vorbei los ist mir schon klar aber nicht gerade sehr schön halt auch ehrlich leute war nur ein paar käse mit dem kommt nur ein paar für zwei besagt ja zwei beserbt er geht nur mit dem nacken auf die leute los was er hat disco ist weil er natürlich hat ein gebürt raus aber ich lebe nicht lange genug auf zu spart aber wenn sie mich eigentlich verarschen auf damit als voller einfach vom kick auf disrespekt ich bin einfach vor den wo seid ihr und ich habe um die türen so macht ihr zauber satschow bakken macht die tür auf bedenkt sich so auch gott damit zu erlangen ich komme aber gut wenn sie eben im buch kann ich was ich verraschen der schon wieder ein junger langsam nervig nein ich bin erst platziert bei uns so stolz dank meiner eltern alien eltern spiel dann war doch geil da verdammt ja sterben und auf platz 5 hier erschaffen könnte ich auf jeden fall falls einst bauen ist abstand sogar ein bisschen aber wir lassen nicht da eingehen nein komm auch noch ein paar kaputt durch waren da warte ich habe ich mir kommen dass noch ein mensch machen in der gruppe macht bock irgendwie ich will noch mehr vom zwei besag sehen eine einzige vom widerstand auf der liste ist wir kriegen wir noch level 20 6 740 punkte noch drei kills noch damit gut verbesserte salbe hoffentlich bringt auch sonst drehe ich durch exklusiv schuss was da kommt weiß nicht lange parteis aber noch mal weiter bei den eine match noch ich will noch den dings hier bekommen wenn ich dann schneide ich da so keine ahnung ist schon irgendwie so weit dann war ich für die nächsten sie nicht schön für dich platz 1 230 ich habe noch noch eine durchaus relevante wir können nicht leisten uns zu sächer zu fühlen was wir schon wieder den habe ich irgendwie oft zu kennen genauso schlecht wie ich zwei besagt hat nichts damit kriegst du nicht dauern ich habe die studiert ich weiß wie du funktioniert wie es auf die leute los und haus den einen darüber ja ja er ist auch schon wieder verband von dem da war für uns irgendwie schüsse man da war er schon wieder wenn man kann ich den sein schild mit dings erledigen wir werden die rebellen vertreten sehr gut bei den gesehen haben wir von style gegen sehen ich bin voll gefragt er reicht jetzt mit dem offizier das mal angriff oder wieder spielen gleich ja ja ich sieht ja niemand kennt sie noch einmal der folge macht deswegen habe ich dann das verdammt noch mal hier als 1000 dinge ausgegeben und freigste vorstellen gerade mal ein bisschen mehr hat wir haben als das ding ist normal so lange aber gut bei der afg haben wir sogar lade ich bekomme schon wahrscheinlich also vollkommen egal hallo so easy kill für mich ich töte dich so einfach was hat beide eine granat auf ihn geworfen meine gratis erster nein meine da sieht mich was ja ich stecke fest ja ja ich spiele nicht gerne ihren flammenwerfer hat damit nichts ach so ja 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 was machst du jetzt irgendwie mal jetzt zum medien ja man davon hat er schon da ich bin noch einlösung ja alles treffen sich zwei leute unter dem schiff ich denke okay habe ich noch erledigt meine blog niemand ist da seid ihr alle bereit gehen in der lehre ja ich habe keine punkte punkte das wirst du mir bis hin ja sehr gut von ein paar granaten kills interessante interessante match muss ich sagen ich habe die leute ja auch schon alle ins herz geschlossen aber lasst trotzdem gehen naja jetzt 20 20 war das nicht naja ok ach naja sie ist jetzt wird hier angezeigt da kriege ich jetzt alle zehn punkte ein bisschen mehr punkte geld nur ok ich verziehung ich kann bocken auf die typen nämlich die ganze zeit hier verprügelt mit seinen schild also nicht witzig wenn wir gar nicht spaß machen wo er nur so zu spielen eine strategie auch wenn die funktioniert gibt es ja immer irgendwie solche leute die in irgendeinem spiel irgendeine strategie machen umsetzen wir auch immer funktioniert was macht ja mit dabei dauert die ist ansprechen und den rückschuss der waffe ausgleich ja sieht man hat ok und hierfür verpästerte seien die durch vier bolzen opfern kann sehr cool wenn man reist wird noch ewig dauern die ganzen dingen jetzt so lange ich war noch zwei also ich brauche mindestens noch zwei punkte ne quatsch ich brauche irgendwie egal dass man wahrscheinlich wir viel zu langen lassen hat hatte ganz voll strecker sehen bringt mir noch nichts aber fast vielleicht heute noch luftruppler wie sieht mit dem aus die 12 auch glaube ich sagen ich meine part hier nächsten folge kommen wir mal jetzt wahrscheinlich immer noch gefechte geben weil punkte mäßig ist halt einfach am besten und ja ich habe mich als fürs zuschauen sage tschüss bis zur nächsten folge